Wir suchten Eivor. Mit verschiedenen Taktiken konnten wir ihm folgen, in sein düsteres Versteck auf der Endercon. Doch was wir dort sahen, verschlug uns die Sprache. Es war der Aufbau zu einem Wither. Daraufhin erwischte uns Eivor und erschuf einen Eisenkohle. Okay, yo Leute, was geht abends damit? Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Was war das für ein cooles Intro zu einer neuen Folge von Minecraft Story Mode. Ja, der Story Modus, der richtig, richtig cool ist. Falls ihr das Ganze noch nicht kennt, schaut euch auf jeden Fall die ersten drei Folgen an. Es ist richtig, richtig spannend. Und ja, ich würde sagen, ohne große Rundgeräte starten wir direkt rein. Let's go! Oh mein Gott, was müssen wir machen? Duck, duck, duck! Oh mein Gott, oh mein Gott. Lauf, lauf, lauf! Wow! Okay, safe. Wir sind raus. Ja, I think so. Das war jetzt ja ultra schwer. Und jetzt, für die erste Mal hier in Endercon, sind wir sehr stolz, um den Eivor, Gabriel zu präsentieren. Ich finde den irgendwie richtig cool. Wobei Elegarp with Redstone natürlich am besten ist. Bitte, bitte. Danke. Are you with me? Woo! Everybody okay? Ja. Ich lebe noch, danke. Guys, where's Lucas? I thought he was right behind me. Well, if he's not here, the only place he could be is... Nein! Ist doch da oben! Ich weiß nicht, wie das jetzt ausgeht. Geht. Ich habe ein paar Sachen geholfen. Wir sollten Gabriel für Hilfe fragen. Das ist der smartste Weg, um Lukas zu helfen. Er ist hart. Ich hoffe, er ist hart genug, um zu halten. Wir holen Gabriel, um das Warrior, der kommt das hin. Wir brauchen Gabriel, um Lukas zurückzunehmen, um alles zu tun. Wir brauchen ihn nicht, aber ich würde ihn halt mal zurückzunehmen, so. Ich hoffe, Lukas kann gut auszunehmen, das Gollum lange genug genug für uns zu bekommen. Komm schon, dann. Wir müssen das Party crashen. Mit dem richtigen Training und Gäden, jeder, und ich meine jeder, kann sich ein Heroin sein. Du musst nur glauben. Ich möchte, dass du glauben. Ich möchte, dass ich mich in die Augen schrecken. Ich möchte, dass ich mich in die Augen schrecken. Wir müssen nur durch die Leute durch die Augen schrecken, um zu Gabriel zu kommen. Start the lead! Und dann! Keep it orderly, folks! And you, right there in the purple! You know, Elgar and the dragon, um, like, what was her favorite food? Bread. Next question. Oof! Yes, next! What question do you have for the mighty Gabriel? Oh, der ist richtig angekannt. Well... Every person here is in danger. Now hold on just a minute. If this is a joke, it isn't funny. I'm not joking. Somebody's been building a monster in the basement. Hmm... Perhaps we should have this checked out. I have a question for you. Ivor. Excuse me, sir. You'll have to wait your turn. Just tell me first. Do you really believe anyone can be great? With enough hard work? Yes. Was that where I went wrong? I simply didn't work hard enough? Ivor? Is that really you? You? How dare you interrupt like this? That's the guy who attacked us in the basement. Yo, what? If it surprises you want, you're in for a treat. Why don't you tell them the real story, Gabriel? I see time has made you bitter. And it's made you an even bigger fool. Now these people were promised greatness and I'm ready to deliver. What? 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 They're off killing me. Oh dear, It'sальный attack! No, 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 no Stop! Stop! Hello! Hey! I tap! I tap! girls 0x Papa tap! As you shout ... Please. Make the ogre fight chandler! I didn't make it all. Yes we can none of them have it! Wir sind alle so tot! Wir sind alle so tot! Lauf doch! Lauf doch! Wow! Eeeeh Nein, 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 bleib weg! Es ist nach mir, nicht dich. Gott! Was passiert denn? Die Blöcke werden schwarz und dieses Ding ist auch die Blöcke. Schau an ihn, der wunderschöne Gabriel. Sieht, wie die wahre Großartigkeit ist aus seiner Brüche. Er kann nicht, dass dieses Kreatur nicht zu verletzen wird, aber ich kann ihn. Kreatur, retreit! Was ist mit dem Kopf passiert? Er kann es nicht aufhalten. Was für deine Freunde! Ich bin gewiss nicht dein Freund! Nein, 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 das ist der Trank, den wir genommen haben! Die Potion! Axel, du musst die echte Potion geben! Aber die Finder-Kleber! Die D.Vs, du verhörst alles! Axel, komm mal! Jesse, schau es! Oh mein Gott! Filft! Nein! 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 Wir werden alle sterben! Oh mein Gott, 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 wir werden alle sterben! Wir werden alle sterben! Wir werden alle sterben! Außer ihr lasst jetzt ein Like auf der Folge da, wenn soll ich nicht hören! Jesse, hilf mich! Ich hätte das unbedingt vielleicht vorher mal spielen sollen. Komm mit! Darf mir! Ich hätte das vorher vielleicht nochmal gucken sollen oder spielen sollen, bevor ich da jetzt reinstecke. Das ist ja total stressig. Ich habe keine Ahnung, was wir tun sollen. Ich will wegrennen. Ich will wegrennen. Ich helf mich! Okay, ich komm! Mein Gott, was ist das? Das ist ja ein Wither-Storm. Oh! Wither-Storm! Okay, okay, ja, ihr habt mich erwischt, ich kenn das schon. Gut. Ist okay. Aber trotzdem! Jo, wie riesig das ist! Es gibt doch Minecraft-Mods, die das einfügen. Aber... Ganz ehrlich, das sieht schon irgendwie episch aus. Oh, warte, wir sind ja jetzt 8 Minuten. Entschuldigung. Ich wollte gerade die Aufnahme werden. Sorry. Sorry, Leute. Mein Fehler. Ich wacke... Ich habe gerade 18 gesehen. Oh mein Gott, das Sau... Das Sau tut hoch. Nein, 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 nein. Hallo, ich drücke alle Knöpfe. Wo kann ich mich grabben? Okay, ich lebe. Ich lebe. Ich lebe. Lauf, lauf, lauf. Der Typ, der springt. Ja, ich lebe. Ich lebe. Auch nicht. Ich lebe. Ich lebe. Wir müssen zusammen bleiben! Jesse, hilf mir! Ich kann nicht aufhalten! Wir schaffen das! Nein! Oh, ich war zu laut! Der hat die Stimme nicht aufgenommen! Sorry! Das kann doch nicht wahr sein! Warum nimmt denn der das einfach? Jo, der macht einfach alles kaputt! Oh, naja! Oh mein Gott! Oh mein Gott, unten durch! Ich glaube, das ist ganz schön anstrengend, das Spiel! Aber ich bin gehypt! Das macht richtig Bock! Jo! Lauf, lauf, lauf! Warum ist denn das so spannend? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Immer weiter! We'll meet up on the other side! Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Mei. Oh mein Gott! Es kommt zubren! Wir haben die Realität nichtいきます. Die gehen doch jetzt nicht in den Nether, oder? Lauf, 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 bitte, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich will nicht in den Nether. Oh nein, oh wir haben Fahrzeug. Licht! Okay, 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 okay. Was ist mit Gabriel? Oh mein Gott, B, Sprung. Guck, GABRIEL hat Lust, Y, komm mit. Okay. Ich habe schon mal erwähnt, dass ich RPGs versinne. Ja, finde ich auch. Aber die anderen, du musst sie herausfinden. Geh das Amulet und schütz ihn mit deinem Leben. Du kannst das nicht tun. Du musst. Was? Warum ich? Ich glaube in dich. Geh das Amulet. Geh das durch den Portal. Nein, du kommst mit. Nein, du kommst mit. Geh das durch den Portal. Ich komm mit dir. Nein, du bist nicht. Die Gang braucht dich, Jesse. Geh das durch den Portal. Wenn irgendwas passiert, ich will euch in dem Tempel treffen. Nein. Nein, wir müssen uns für einen entscheiden. Okay, okay, wir nehmen wir. Wir nehmen wir. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Also eigentlich Petra. Ich weiß es nicht. Also Gabriel kann uns in der Theorie besser helfen, weil er kennt die anderen und so. Und dann können wir so zusammenkommen und dann ist es cool und so. Petra ist halt so eine Bekannte von uns. Wie irgendwelchen Schurken hilft, Böses zu machen. Also ich glaube, das Spiel verlangt von uns, dass wir Petra retten. Aber rein aus experimentellen Gründen retten wir Gabriel. Oder können wir beide. Was ist eigentlich gerade hier mit dem Green Screen los? Hallo? Nein, wir konnten sie nicht retten. Warum ist das Spiel so spannend? Ich hasse das. Ich hasse das, wenn die Spiele so spannend sind, dass ich selber so richtig mitfiebere. Ich hasse das. Nein, 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 nein. Nein, nein, ich glaube, wir haben Fehler gemacht. Und wir sind im Nether. Wo ist Petra? Wir haben alles, was wir konnten. Was hast du gesagt? Jesse? Was ist er darüber gesprochen? Weil es nicht so klingt. Warum nicht du ihnen erzählst, Lukas? Ich bin schaust. Nur für eine Minute. Du hast schaust? Es war nicht meine Schuld. Du hast schaust und es ist nicht deine Schuld? Du kannst dich doch jetzt nicht dafür judgen, dass er Angst vor einem riesengroßen Monster hat. Also bitte. Wir müssen zurück. Doch, wir müssen zurück. Ah gut, es ist. Ja, bitte stirb. Oh! Oh Gott. Warum ist Ivor jetzt hier? Den mag ich nicht. Du hast den verdammten Widder auf die Welt losgelassen. Boah. Der hat es nicht anders verliebt. Du hast den übertrieben großen Widder auf die Welt losgelassen und meinst, es sei meine Schuld? Ja? Ja? Ja, aber so sehe ich das ja auch. Ja. Wenn wir den töten. Yo, ich finde den so unsyntatisch. Ich finde den so unsyntatisch. Das ist ein Netzwerk von Mindkarten, die von der Ordnung der Stöhne. Es ist dein einzig Weg raus. Wir sollten das so gehen. Ich finde es nicht zu dir rauskommen. Was ist mit dir? Was ist mit mir? Wie sollst du hier rauskommen? Ich werde meine Imagination benutzen. Was war das? Ich wünsche dir gute Glück, aber Glück wird dich durch die Nieder. Du hast meine Sympathie. Ja klar, ein Traktor-Unsichtbarkeit. Warum nicht? Yo, hi. Wie geht's so? Ich muss irgendwas gucken gleich. Damals gab es noch Zombie-Pigman. Jetzt gibt es ja auch Prieglin. Oh, wie cool. Damals nach 1861. Das muss sein, was ich über die Rede gesprochen habe. Oh. Oh. Nein, da. Okay, okay. Let's go. Da ist aber gerade hier so schön speichert und ein Black Screen hält. Gut. Also das Spiel überzeugt mich bis jetzt sehr. Es ist ultra spannend. Also ich fieber die ganze Zeit mit. Ich habe schon... Ich weiß nicht, sieht man das? Ich habe Gänsehaut. Es ist echt episch gemacht. Und es macht Spaß. Es macht halt einfach Spaß. Keine Ahnung. Wenn euch das Ganze genauso gefällt wie mir, dann zeigt mir das doch gerne mit einer positiven Bewertung. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, Leute. Ciao. 對, Leute. Bis dann, Leute. Tschüss. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020